Zeile war von Musik, von Instrumentalen, weil da ja keine Strophe mehr war. Genau, das war nur die Bridge, genau. Dass man dann so wie in Oh Oh oder so eine Impro rein macht oder keine Ahnung. Also du kannst eigentlich machen, was du willst, nur hauptsächlich, dass es wichtig ist, dass die Melodie rüberkommt mit Text. Hier und jetzt kannst du schön tief greifen. Okay, einmal auf meinem Ton stand, ich, da, da, ich. Liebe des Lebens, die Liebe des Lebens, ich vermisse dich so sehr. Besser, viel besser. Hör dir einmal jetzt das an, was du gemacht hast. Also ich muss lachen, aber im guten Sinne, Nico ist ein total sympathischer Typ, ein junger Mann, junger Mensch, mit einer guten Stimme, mit einer guten Stimmfarbe und es macht unheimlich Spaß. Ich hatte noch nie so viel Spaß im Studio, mit jemandem zusammenzuarbeiten, also große Klasse und eben hatten wir eine Pause und jetzt hat er das nochmal gesungen, er hat perfekt gesungen. Er hat das eben so wie, wenn du schon Autotune drauf hast, hat er das gesungen, ich dachte, und da musste ich einfach perfekt sagen. Also ich bin begeistert von ihm. Das war besser. Gut. Perfekt. Perfekt. Ist perfekt. Bravo. Ja, also ich muss erst mal sagen, fabelhaft, natürlich erst mal nervös, aber volles geile Team, es macht echt Spaß mit allen, ja, und was Besseres könnte mir nicht passieren. Ja, ich bin echt froh, dass ich die Leute kennengelernt habe, super einfach. Ich bin Sören mit Nico Specht, ne? Nico Specht, ja. Ja, der Specht ist hier im Studio.